Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Bernd Bachal. Heute möchte ich Ihnen meine persönliche Meinung zum Thema Corona darlegen. Das ist meine persönliche Stellungnahme und nicht die meiner Fraktion. Also hören Sie gut zu. Ich spreche von Corona. Dann möchte ich hinzufügen Corona. Ja, Corona. Im Weiteren wäre es so sagen Corona. Corona? Corona? Corona. Und dann ist noch ganz wichtig zu erwähnen, dass wir auch mal über Corona sprechen. Habe ich schon was von Corona gesagt? Ja, Corona. Corona, Corona. Kann jemand das Wort noch hören? Corona, 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 Corona. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ihr Bernd Bachal.